Der hat ganz viele... Wir müssen die gelben Wurrungen wegschießen. Alle? Ja, ich glaub schon. Aua, ich bin tot! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Journey to the Savage Planet gemeinsam im Koop mit Ari. Hallöchen! Wir sind hier in diesem komischen Tempel und wir haben jetzt rausgefunden, wie wir hier vorgehen müssen. Und zwar führen diese komischen Tentakel von dem Zentrum des Anus weg. Also das ist quasi der Darm, der vom Zentrum des Anus führt, weg zu den komischen Pusteln, die wir zerstören müssen. Und da habe ich jetzt hier zum Beispiel noch eine gefunden. Guck mal, da hinten. Siehst du das? Guck mal mit. Guck mal zu mir. Guck mal, siehst du das im Kryopotter? Wenn ich da jetzt draufschieße, ist die Pustel kaputt. Und wir müssen diese ganzen Pusteln zerstören. Wo bist du? Warte. Ah, da hinten. Wir müssen die Pusteln zerstören. Damit der Anus platzt. Das ist das, was wir hier machen müssen. Ah, ich sehe, was du hast. Ich habe verstanden. Da kam er nämlich rein. Stimmt. Ah, guck mal. Nee, warte mal. Hier. Ich weiß, wie. Ich weiß, wie. Warte, ich muss nur das richtige Dings auswählen hier. Warte, was ist das? Moment. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich habe vielleicht die hier brauchen. Ich habe schon was. Oh, der stimmt. Nein! Ich bin mal nachgefallen. Sorry. Ich habe zu lange gebraucht mit dem Auswählen. Warte. Ich will auch wo. Warum kann ich mich nicht krabbeln? Warum kann ich nicht krabbeln? Wieder Zweijährige kann das. Ähm. Wo bist denn du? Unten noch. Moment, warte. Ich komme gleich. Magst du mal zu mir kommen? Ja, ich arbeite dran. Ich darf mich nicht krabbeln. Ich habe Freunde gefunden. Ich komme. Ich habe Freunde gefunden. Ah, warum falle ich runter? Ja, ich komme. Ich bin da. Ih. Da kommt, äh, Zeug raus. Ja, da will ich nicht reingehen. Aber ich habe gesagt, ich habe es sterben. Was ist das hier? Ah. Ah, auf den Schwanz schießen. Immer auf den Schwanz rauchen. Ah. Ja. Oh, ich habe nur noch halbes Leben. Ich auch. Auf den Schwanz, auf den leuchtenden. Ich habe einen, einen Schwanz-Ding getroffen. Nicht auf die Löcher stellen. Da kommt Säure raus. Ja. Ich habe wieder ein Schwanz-Ding getroffen. Lenk sie ab, genau. Ich will gleich hoch. Nein, ich sterbe jetzt. Ah. Nein. Au. Au, shit. Lebst du noch? Ein Leben. Eins. Nein, nein, nein. Ich fange hier fest in der Ecke. Ah. Ich bin tot. Nein. Ich muss hier. Ja, ich arbeite dran. Ich habe es. Ich habe es. Ich lebe. Aua. Ich bin in den Dingern. Ich bin auch gleich tot. Ich habe noch vier Schwäsche. Es steht auf meinem Kopf. Warum macht das das? Hör auf, Ari zu stehen. Geh weg. Es hängt in der Wand. Ja, ich habe es freigeprügelt. Irgend. Ah. Nein, ich kann nicht schießen. Jetzt. Ja, eins ist tot. Noch eins. Da ist noch eins. Ah. Aua. Ich habe nur noch drei. Ah. Schnell. Töten. Auf den Schwanz. Auf den Schwanz. Auf seinen Schwanz. Immer auf den Schwanz. Das war ja gar nicht anstrengend. Ne, überhaupt nicht. Und was müssen wir jetzt dran? Ich habe übrigens nur noch anderthalb Striche, wollte ich nochmal so erwähnt haben. Ah, da oben. Ich weiß, was wir machen müssen. Ich habe schon. Okay, egal. Nein, jetzt habe ich das Falsche geworfen. Jetzt habe ich so einen Blob geworfen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Tentakelchen. Also so ein Blüppchen drin. Ja, ja, ja. Ah, sehr gut. Hast du schon. Ah, jetzt sieht man auch, hast du gesehen? Jetzt sieht Tentakel auch verschwunden. Ja, ja. Also wir müssen wirklich den Tentakel. Ja, das habe ich mal gemacht so zum Abreagieren. Einmal gegen die Wand. Einmal gegen die Wand. Ich wollte mal meinen eigenen, meinen eigenen Blob-Tumor, wollte ich hier mal erzeugen. Da sehe ich mir auch als Gummizelle ganz lustig vor, oder? Wenn alles voller Blob ist. Als Gummizelle, als Darmzelle. Ja, da kann man Verrückte drin aufbewahren. Sieht man ja, das klappt bei uns sehr gut. Sind sehr, sehr gut damit zu beschäftigen und zu unterhalten. Ich brauche dringend eine Heilpflanze, habe ich das schon erwähnt? Äh, nee, nee. War mir nicht bewusst. Oh Gott. Hoffentlich wäre ich jetzt nicht von dem Anus-Material getroffen, was da oben runter tropft. Wo ist denn hier mal eine Heilpflanze? Wo ist denn hier mal eine? Da hinten, oder? Ist hier noch eine? Ah, nein, ich wurde tatsächlich getroffen. Ich werde wahnsinnig. Sind alles nur Explosionspflanzen. Wo sind denn hier die Heilpflanzen? Ah, ich bin tot! Ja, da sind ein Gegner! Die fliegenden Dinger sind da wieder. Ah, au! Pass auf! Ah, nein! Aua! Hahaha! Sehr gut. Ah, da ist noch einer. Okay, dafür brauche ich jetzt keine Heilpflanzen mehr. Hö, hö, hö. Der, da ist immer noch dieses Glimmer-Zeugs. Das ist immer noch da. Da muss immer noch... Da braucht man noch einen Tentakel. Ein Tentakel ist hier noch. Warte mal, wo geht denn der hin? Der Tentakel. Der geht unten hin. Der ist hier unten. Hier. Hinter den Dingern. Ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ah, na, die Zombies. Ah, au, aua. Wer macht denn sowas? Ah, hier sind ganz viele von denen. Schnell, schnell, schnell. Oh, bist du denn? Ich drück jetzt das Knöpfchen hier. Komm hier runter, schnell. Nein, ich komme. Ich drück das Knöpfchen. Schnell ist... Ah, warum? Die fallen jetzt nicht auf uns runter. Nee, sie sind zu dumm dazu. Gott sei Dank. Auf und ab. Ah, das ist schon. Ich hab schon. Ich hab schon. Ah, puh. Da ist eine Wusel. Oh, weg, weg, weg. Aus dem Weg, schnell. Ich glaube, er ist sauer. Er mag das nicht so, wenn wir das machen. Ich meinst du, ja. Ich hab so ein Gefühl, dass er das nicht so gut findet. Wenn wir ihm seine Wüsteln wegmachen. Aua, aua, aua. Äh, Tentakel. Tentakel, Tentakel. Hier, hier drüben. Irgendwo hier, hier hinten. Ah, aua. Oh nein, hier sind Drogenpflanzen. Moment, Sekunde, jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Moment, wo genau führt er denn eigentlich hin, der Tentakel? Tentakel führen? Warte mal. In die Wand rein. Und in der Wand kommt er wieder raus. Dann geht er nach unten. Und dann hier hinter. Ah, hier, irgendwo hier hinten. Geh mal weg. Was, was, was? Ah. Ich hätte gedacht, irgendwo da hinter dem Schleim. Vielleicht müssen wir erst... Ja, wie kommen wir denn an den Schleim vor? Vielleicht müssen wir erst eine andere Tentakel wegmachen, damit der Schleim an der Stelle weggeht. Weißt du, was ich meine? Dass wir das so nacheinander machen müssen. Aber gehen nicht alle Tentakel in den Schleim? Ich meine jetzt nur da an der Stelle halt. Also, dass das so nacheinander aufeinander aufbaut jetzt. Oh shit. Au, aber alle Tentakel in den Schleim. Ja, ja, aber der in der Wand geht vielleicht vor dem Schleim in der Mitte weg. Wir haben jetzt ja gerade eine Brüste zerstört. Schon. So, und jetzt müsste es irgendwo... Ja, hier hinten ist, glaube ich, ein Loch. Hier ist, hier ist was zum Reingehen. Oh, da ist eine Heilpflanze. Wie geil. Zieh dich hoch. Yes. Ich, ich, ich bin hier bei dem Eingang. Weißt du, wo ich bin? Ah, ich sterbe noch ein bisschen, bis ich da bin. Oh, Heilpflanze. Ich will hier irgendwas. Ich will hier irgendwie komische Sachen. Aua. Aua. Aua, schütz. Das hat mich vom Springen abgehalten. Ich geh mal in Deckung, ne? Ja, geh mal. Ich bin da. Hinein. Heilndes Brunnenwasser. Boah. Aua. Oh nein. Auf den Schwanz wieder. Auf den Arsch, auf den Arsch. Oh Gott. Ich hab noch halbes Leben. Nein, nein, nein. Nicht gut. Nicht gut. Ich bin tot. Nein, scheiße. Ich komm rüber. Aua. Ach du scheiße, macht der viel Schaden. Ich hab dich wieder erlebt. Einer nimmt ab, einer schießt. Ja, das sieht schon aus. Ich glaub, ich bin ja der Ablech. Er hat mich... Ich bin fast tot übrigens. Ja, ich... Hat doch letztes Mal auch geschafft. Bei einem Gegner können wir uns gegenseitig, äh... Ich glaub, er hat eine von seinen Arschbacken verloren. Aua. Ich hab nur noch anderthalb, anderthalb. Nein, war aber nicht. Alter. Ich kann den irgendwie nicht treffen. Ja, der reflektiert irgendwie die Schuze. Kann das sein, dass wir das mit dem aufgeladenen... Ich bin tot. Dass wir das mit dem aufgeladenen Schuss machen müssen. Oh Gott, ich muss zu dir. Ich bin auch recht tot. Aua. Oh Gott. Oder wir müssen das wirklich mit dem aufgeladenen Schuss machen. Nee. Ah doch. Hat er jetzt einen verloren? Nee. Warte mal, die sind verdeckt, ist das? Mit so einer schwarzen... Äh. Nee, äh. Ja, oben drauf halt. Dann ist es gleich mit dem auf den Schießen, wenn er wieder sein... Oh, ich hab nur noch halbes... Ich hab nur noch ein halbes... Nein, ich hab grob... Nein! Ich bin tot. Alles gut. Ich hol dich. Aua. Wenn er hier wieder gleich sein Gorilla Macho-Gehabe macht. Dann schießt den Ding immer mit deinem Auto auf ihn. Warte, ich muss... Ich muss die Dings auswählen, die Granate. Hast du eine Granate? Ja, ich hab eine. Ich hab eine auf ihn geworfen. Irgendwie sieht es aus. Ich hab... Ich hab ihn gespürt. Ja, ja. Das war richtig. Jetzt ist es offen. Echt? Okay, das ist gut. Das war... Jetzt kann ich jetzt schaffen. Echt? Ja, die waren vorher so schwarz. Ja, stimmt. Du hast recht. Das war das Geheimnis. Bin gleich tot. Okay. Bin tot. Komm. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Au. Muss er, muss er. Ich seh ihn nicht, ich seh ihn nicht. Ach da. Aua. Aua. So, ich drehe ihn dir hin. Ja, ich... Hab's. Äh, er ist... Äh, er ist nicht tot. Jetzt in den Mund. Warten, bis er den Mund aufhaut. Stimmt, der Mund, der Mund. Aua, ich bin down. Okay, ich hol dich. Warte. Ich hol dich. Nice, okay. Was? Ah. Ah, 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 ah. Warum macht er nichts? Warum macht er nichts? Er redet. Hab's. Hab, 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 hab. Nice, gut. Ich hatte wieder die falsche Taste gedrückt. Uff. Okay, wir müssen da rein, wie's aussieht. Ja. War ja einfach. Das war ja zu leicht. Ah, hier oben ist ein Ding. Yes. Sehr gut. Anus-Boostel Nummer 2 ist kaputt. Jetzt brauchen wir noch eine. Noch eine weitere Anus-Boostel. Mal gucken. Au, 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 au. Nahes Geheimnis stand da grad. Vielleicht hier hinter? Oh. Manchmal verstecken die sich auch so hinter denen. Okay, bei mir ist, ähm. Na? Ich hab grad rumgepackt und jetzt steh ich hier und kann nichts mehr machen. Echt? Nein. Wo, wo steht die? Unten? Ja. Oh Gott, ja, warte. Kann ich dich irgendwie vielleicht, warte. Danke. Das hilft nicht. Ich kann dich auch nicht mehr schieben übrigens. Du kriegst, verlierst du Leben? Ja. Gut, das ist gut. Dann musst du dich, glaub ich. Droger. Drei Haube. Links und rechts und 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 links und rechts. Wie viel Leben hast du noch? Gleich tot. Ja gut, ich hab nämlich fast schon Tennis angekriegt. Ah ja, das hat funktioniert. Siehste, ich hab doch recht gehabt. Manchmal hilft so eine kleine Backpfeife auch. Und manchmal müssen es halt auch 300 sein. 300 Backpfeifen. Sehr gut. die Tentakel lang, oder? Ja. Da leuchtet es ja auch so ein bisschen gelblich, aber irgendwie... Nee, die gehen hier rein, die Tentakel. Vielleicht ist der so... Was ist denn hier oben drüber eigentlich? Also was ist da genau oben drauf? Hier ist ja alles komplett zugebuchert, ey. Vielleicht ist da drüber ja irgendwas. Nein, 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 Quatsch. Au, 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 au. Ich stell mich wieder sehr glatt an, ey. Ich schaff's wieder, mich selbst zu töten, wenn das so weitergeht. Warum nehm ich eigentlich nicht die Dinger? Au, 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 au. Nahes Geheimnis. Hier wird auch nahes Geheimnis eingeblendet. Ja, aber das Geheimnis bringt, also ist glaube ich nur, dass wir wieder was scannen können oder so. Sicher? Ja. Au, guck mal, du warst tot! Ich bin tot. He. Äh. Ne, also ich glaub, guck mal, warte mal. Ein bisschen komm weiter weg. Mann. Vielleicht muss dieses Zeug auch da reinfliegen, oder? Wo gehen denn noch diese Flüchtlinge? Hier kommt man rauf. So ein bisschen zumindest. Da hinten waren wir schon drinnen dort. Warum? Ich bin schon wieder fest. Echt? Ja, ich kann schon wieder nichts machen. Okay. Moment. Ich kümmere mich drum. Bleib noch ein bisschen da an der Stelle. Ich komme. Ich helfe. Links und rechts und links und rechts und links und rechts und links und rechts. Ja, meine lieben Freunde, das ist der Ausweg. Er verbrüht dich. Nein! Ich schubs dich nur ein bisschen, damit du da rauskommst. Äh, ducken ist eine nette Idee, funktioniert nicht. Ja, irgendwie, du kannst gar nichts mehr machen dann, wenn du festhängst. Nee, ich kann gar nichts machen. Weißt du, was blöd ist? Wenn du dann festhängst und ich sterbe. Das wär ungünstig, ja. Das wär maximal ungünstig. Wie viel ist diese Wand dabei? Kann ich die scannen? Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ach so, warte mal, warte mal, warte mal, nee, 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 warte mal. So, und er geht hier lang, ne? So, hier, er geht da durch, er geht durch die Wand durch. Geht hier unten entlang. Und geht hier hinten rein. Ach, meinst du, dass es vielleicht einfach dahinter ist? Ja. Könnt sein. Man hat es nämlich gesehen, er geht hier rein. Ja, warte, er geht hier rein. Hier kann man aufmachen, hier kann man aufmachen. Ah, mit Sprengung, mit Sprengung. Mit Sprengung. Oder? Ach nee, mit, genau. Ja. Ja, nice, perfekt. Ah, man kann nämlich mit, ähm, beim Sprengen kannst du sehr nicht viel lang gehen. Da verschwinden die durch in der Wand. Sie werden immer ruhig weitergehen. Ah. Ja, das ist ja geil, hier mit, äh, Sprungattacke. Oh, warte, das ist Lava. Ist es schon freiwillig? Nein, ich bin in die Drohung gelaufen. Ah. Hui, ich drück das Töpfchen. Oh, ich hab nur noch, ich hab nicht mal mehr halbes Ries, ne? Äh, das ist nicht so gut, oder? Deratomus-Zuflucht. Ah. Äh. Ah. Äh. Der hat ne, äh, link... Warte doch mal. Das war so... Der hat ganz viele, wir müssen die gelben Huberungen wegschießen. Alle? Ja, ich glaub schon. Aua! Ich bin tot! Vor allem viele, der hat ja mal... Ja, ich weiß! Ja, ich krieg mich dann nicht raus aus der Säure. Ja, ich, äh, ich löse mich dann mal kurz auf. Gönn dir. Ich zersetze mich mal kurz. Alle gelben Huberungen? Ja, alle. Ich bin sicher, dass das die Lösung ist. Lalala... Fünf... Vier... Äh, das ist schlecht. Drei... Zwei... Eins... Ich lebe und ich bin... Nee, ich bin kaputt. Und jetzt? Ach, jetzt kann ich dir nur zugucken. Na toll. Das ist nicht dein Ernst. Ja, ich, also ich kann von oben jetzt sehen, was du machst. Toll. Würdest du bitte... Ich kann nicht! Ich weiß nicht, wie es geht. Ich muss warten. Ich muss warten, bis du den besiegt hast. Ich kann die Kamera nicht mal schwenken. Es geht gar nichts. Hier muss sein. Sag mal, was macht der da? Äh... Feuer auf dem Boden. Also nochmal zur Erklärung, was hier gerade passiert. Da links ist Ari. Und da rechts ist der komische Tumorboss. Und der Tumorboss, der freut sich, hat einen Goldzahn. Der hat einen Goldzahn! Er sieht ein bisschen aus wie... wie eine Mischung aus Jabba the Hat und Slimer. Mit ein paar Tumoren noch. Ich will eh nicht stehen bleiben. Alleine ist der nicht einfach, wird gerade gesagt. Ach, na dann. Okay, okay. Ähm... Jetzt? Du hast ihn, glaube ich. Du hast ihn besiegt? Du hast ihn geschafft? Naja, nur die ersten Teil. Ja, aber guck mal. Der streckt die Zunge raus und du kannst da jetzt reingehen. Da will ich auch unbedingt reingehen. Mhm. Ich sehe das gerade hier von oben. Reagieren. Und jetzt? Ja, super. Ach, guck mal. Jetzt bin ich auch wieder da. Fand er nicht gut. Fand er wohl nicht so geil. Fand er wohl nicht so geil. Darf ich jetzt wieder mitmachen? Ich darf nicht mitmachen! Das ist doch scheiße. Das ist nicht dein Ernst. Ich darf immer noch nichts machen. Warum? Lass mich ruhig allein, weißt du? Ich will doch... Ich will doch mitmachen. Ich darf nur nicht. Lass mich ruhig allein. Hat der gerade Blitze geschossen? Ich kann zum Hauptmenü, aber das ist jetzt auch nicht so geil. Au! Oh, jetzt brennt es überall. Wie viel ist das denn? Ich darf nicht mal in den Fotomodus. Ich darf gar nichts. Oh Gott. Na toll, ey. Pass auf, das sind die Kacken und Krababen. Die Krababen, die Krababen. Warte mal, brennt es jetzt hier die ganze Zeit? Jaaaa... Vielleicht. Vielleicht. Ne, es verschwindet wieder jetzt. Ja, geh da runter, geh da runter. Das hab ich getötet. Oh Gott. Oh Gott, was ist hier alles unterwegs? Ich würd ja gerne helfen. Ich darf aber leider nicht. Ich bin ja auch mit nicht mal halbem Leben in diesem Bossweil. Ja, ich glaube, das schaff ich nicht. Hey, your friend is dying. Hey, your friend is dying. Ach nee. Ich wär ja gerne wieder eingestiegen. Toll. Ach so, ähm... Ich bin jetzt auch in einer von diesen Kammern aufgewacht. Ja. Das war knapp. So, jetzt nicht hier gleich wieder Leben verlieren am Anfang. Nein! Lol! Mein... Meine Sicht ist schief. Ich... Ich laufe schief, lol. Warum? Wie? Lauf ich auch in der... Aus deiner Sicht schief? Das ist... Das ist... Das ist... Das ist sehr... Sehr schlecht. Wenn ich das mal sagen darf. Das ist nicht gut. Das ist wie... Keine Ahnung. Ich hab rechts drei. Ja, wie soll ich denn jetzt richtig schießen und springen? Ah, ich seh ja nicht mal den Hansel. Nein, ich kann... Ich kann nichts machen richtig. Der zieht sich ja nicht mal hoch. Wenn er das nicht richtig trifft. Okay, ich bleib einfach hier stehen. Ich versuch einfach so wieder büsteln zu treffen. Ich kann... Oh, kacke, Mann. Nein, der hat das aufgelöst hier. Zieh nicht so hoch. Oh Gott. Also, ich weiß ja nicht, wie du siehst, denn es ist ein komisches Gefühl, dass der... Irgendwie, äh... Was hast du gesagt? Mein rechtes Ohr ist von meiner rechten Schulter verdeckt. Meine rechte Schulter steckt in meinem rechten Ohr drin. Okay, wenn die meisten schafft. Das ist quasi die Ego-Perspektive von Quasimodo, die ich hier grad hab. Scheiße. Ja, ich geh mal rein in den Mund. Ich hab übrigens nur noch halbes Leben. Warte mal, können wir uns jetzt heilen? Lass uns erst mal heilen, bevor wir das machen. Mir geht's gut. Ja, ich hab nicht mehr so viel... Mir geht's nicht so gut. Warte mal. Wo komm ich denn hier raus? Oh Gott sei Dank. Das ist die Ego-Perspektive von Quasimodo, die ich hab. Der läuft auch so rum. Äh... Viel zu gut, dass mein Name auch schief ist, weil... Äh... Meister... Wow... Was ist das hier eigentlich? Was? Da war was an der Wand, da hängen Sachen dabei. Ja, das sind diese Blockdinger, wo dann... Blobbedis und sowas rausfangen. Blobbedis. Ja, das... Jetzt hab ich zumindest schon wieder volles Leben. So, jetzt kann ich mal hier in seine Zunge reingehen. Ich züngle mal ein bisschen mit ihm. Ich komm nicht rauf auf die Zunge. Die Zunge ist so riesig, dass man da nicht rauf kommt. Und jetzt... So, dann wollen wir mal... Bäh... Nomnomnom. Gib her! Er sieht ja schon witzig aus irgendwie. Weg, weg, weg! Ja! Ich versuch's! Das war knapp! Du schimmst zerstören! Du schimmst zerstören! So, sechs? Wie ist das gut? Ich hab, äh... nicht mitgezählt. Keine Ahnung. Ah! Aua! Kacke! Au, 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 au! Den? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Ich bin in der Grütze gelandet! Scheiße! Ich lau... Ich... Meine Zeit läuft wieder ab. Okay, okay. Ich hab dich nicht geschafft. Kannst du mich irgendwie wiederbeleben? Nicht, dass ich... In der Grütze. Ich will erstmal kurz, äh... Ich hab noch zwölf Sekunden. Elf. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Ja, ich versuch's. Ich bin tot. Ich... Du bist tot? Ja, ja. Ich bin in der Grütze gestorben. Scheiße. Oh Mann, das ist aber kacke mit der Grütze. Ich versuch's zu... zu retten. Warum kann ich denn nicht springen, Gott, damit? Ach Mann, das ist eine Scheiße! Warum kann man denn dann nicht mit allzufort rausspringen? Warum lädt er das denn dann nicht auf? Das ist so nervig. Oh Mann. Bist du bereit? Ne, ich bin ja wieder tot. Ja, ja. Ich hol dich jetzt. Okay, ja. Haben wir's? Ich hab's nicht geschafft. Nein. Ach shit. Oh ja, aber du kommst raus. Du kommst raus. Hä? Du... Siehst du das auch gerade? Du bist zum Kometen geworden. Du bist jetzt der ariische Komet. Warte mal, aber kann ich dich... Kann ich dich trotzdem holen? Warte. Nein, jetzt... Ich darf jetzt nicht lachen. Warte, warte. Wie komm ich denn da jetzt hoch? Ja. Ja. Du musst, du machst das. Ja, okay. Warte, ich hol schnell nochmal. Das funktioniert alles so gut im Koop, Mensch. Beeindruckend. Wir sollten echt Playtester werden, ey. Ohne Witz. Das sollten wir uns fürstlich entlohnen lassen. Das hat auch damals bei Goat Simulator so gut geknickt. Ja, aber bei Goat Simulator waren die ganzen Bugs ja gewollt. Klar. Das hier, das ist ja... Das ist ja einfach nur... Naja. Entreise sieben. Ja, ich glaub das wird nix. Der gibt das nicht her. Ehh. Ja, wer weiß, wie er mich jetzt hier bringt. Oh Scheiße. Schnell weg da. Kann das sein, dass die großen... Tentakel, äh, die großen Füßbilden uns nur ein bisschen näher abziehen? Weiß nicht, aber es ist offensichtlich auch schwer, dass die mehrere Füße nebeneinander sind. Das ist ne gute Idee, ja. Ich glaube, jetzt suchst du eh alle Füße, oder? Ja, ich glaub schon. Die Vermutung liegt sehr nahe, aber... Ist jetzt die Füße? Ja, ja, ja. Oh fuck. Scherbt ihr Hässlichen. Ah, das Nachladen dauert aber auch mal so lange. Ah! Nicht die Scheiße, schon wieder. Oh kacke man, oh kacke man. Ich muss in die Mitte, ich muss in die Mitte, ich muss in die Mitte. Stopp, stopp. Du hast nicht alle. Ja, ich weiß. Warte doch nach, goddammit. Eine noch. Was? Ich hab's. Ja! Ja! Ich hab's nicht alle. Nein! Ich bin gestorben! Nein! Nein! Das ist nicht... Das ist nicht dein Wahnsinn, Digga! Das kann nicht wahr sein! 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 Ich hau ihn schon! Das ist nicht dein Ernst. Wer, das hat er jetzt nicht gespeichert, ey. Da wär ich auch wahnsinnig. Da wär ich zum Tier! Nein! Das hat er wirklich nicht gespeichert! Ah, Mann! Das ist nicht was. Aber wenigstens hab ich jetzt nicht mehr die Quasi-Modo-Sicht. Ah, du Lachgesicht, du... Du hässliches, ekliges Lachgummi! Huch, äh, ist schon der Zweifel gekommen? Ne, doch. Ne, der hat doch zu viele Flüsse. Der hässliche Blob! Nein! Ah! Aua! Ich geh mal schnell hin. Okay, ah ja, genau. Und du fällst einfach diesmal nicht in diese eure Brütze. Ich geb mir Mühe, ja. Ich hatte das letzte Mal so ein paar Kopfhaltungsschwierigkeiten deswegen. Sobald der Kopf halt so schief ist, kannst du das gar nicht mehr beurteilen, ob du richtig springst, dass er sich hochzieht oder nicht. Das ist halt echt fies. Du kannst gar nicht mehr richtig springen. Kacke. Ah! Ohohohohoho! Da! Ah! Ah! Ah, hier kommen ja die scheißen... Nein, hier ist ja gar nichts! Saus springen! In der Mitte ist nichts. Ja, in der Mitte ist auch nichts. Ah, doch. Ah, ah! Oh nein! Nein, nein, nein! Das ist besser, wenn ich hier schon wieder bin. Ich brauch die Helplands, ich brauch die Helplands. Okay. Warte, 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 warte! Shit! Shit! Shit, shit, shit! Er hat den Sprung nicht gemacht. Oh nein, jetzt tropft es schon wieder hier. Aua! Nein, ich bin down! Ich bin down! Warte, ich muss ihn down machen, jetzt kriege ich dich nicht. Okay, 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 wo bist du? 20, 19, ich bin links irgendwo. Ja, ganz entspannt. Okay, heil dich erst mal. Ich gönne mir die andere Heilpflanze auch noch. Okay. Du kannst ja schon mal zur Zunge gehen. Ich geh mal zur Zunge rüber. Ah, es fies ist, es wackelt auch, die ganze Zeit. Also, das Bild wackelt und da kann man gar nicht ordentlich schießen. Was ich am fiesesten finde, sind die Dinger, die von der Decke tropfen dann. Und dann die ganze hintere Plattform Schaden machen. Das ist richtig übel. Wenn du dann auch gerade nicht die Möglichkeit hast, nach vorne auszuweichen, das ist richtig müß. Und wenn dann noch diese hessische Tittenfischdinger kommen, ey. Ah, Mann, aber das ist jetzt die letzte Phase. Idee war schön, dass wir mit dem Megaschuss kannst du hier auf einmal treffen können. Ja, können wir. Das war ja mein Ziel. Was ist? Megaschuss kannst du hier auf einmal treffen. Ach, mit dem, mit dem aufgeladen. Ja. Ja, gut. Das ist aber ehrlich gesagt nicht mein Problem, die Dinger zu treffen. Mein Problem ist mehr, nicht getroffen zu werden. Zum Beispiel jetzt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich hätte hier gar keine Plattform in der Mission machen. Ja, eben. Das meine ich ja gerade. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, aber ich komme nicht raus. Ich brauche eine Heilpflanze, sonst komme ich nicht weiter. Ich bin gleich tot. Ja, 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 ja. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Ich glaube, ich konzentriere mich mal lieber auf die Füße. Da ist noch eine letzte. Mann, warum kann ich denn jetzt nicht schießen? Da lädt die Kacke auf. Nein, ich bin auch tot. Nein. Das war wieder die letzte Füße. Das wäre wahnsinnig. Warum habe ich denn jetzt noch wieder hergedrückt? Verdammt nochmal. Ach, Mann. Es ist der absolute Eskalationsmodus. Jetzt habe ich schon wieder Leben verloren. Sehr gut. Ich habe Leben verloren. Ich muss nochmal aufheilen, schnell. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mann, ich... Das ist ja, das ist ja voll der Auskastbarmodus hier. Ist das eigentlich der letzte Boss jetzt? Ja, oder? Von der Schwierigkeit, da würde ich sagen, dass das der letzte sein muss. Ja, ich schätze auch. Ich glaube nicht, dass danach noch viel kommt. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin da. Nein, ich habe mich rausgezogen. Oh, Mann. Ah, Uff, erneu. Es geht schon los wie ein Try'n. Ja. Es ist echt... Sag bloß nicht Try'n. Erwähn bloß nicht den Stil. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Hä? Was war das denn? Uff, er. Ah nein, was ist die Scheiße? Mach's doch, guck doch, guck doch! Was macht der denn da? Der hängt irgendwie. Er hat ganz merkwürdige Hänger gerade. Okay, er hat die erste Phase überwunden. Und an der Stelle endet diese wahnsinnige Koop-Folge mit Ari gemeinsam auf Ari, also dem Planeten, den wir hier erkunden. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, das Spiel hier auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator-Tag Spielbär mit AE benutzen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal, weil Epic dann einen prozentualen Anteil von eurem Kaufpreis an mich abgibt. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, mich zu unterstützen. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Denn es kommen täglich Videos auch zu anderen Let's Plays. Also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Journey to the Savage Planet im Koop mit Ari. Bis dann, ciao, ciao.